hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play wir spielen wir sehen könnt the walking dead so ich starte einfach ein neues spiel neue spiel standard anzeigemodus standard mit dem standard episode 1 ein neuer tag starten wieder spiel ja und es lädt ja ich bin so fasziniert von dieser comic artigen grafik die da ist und von der interaktion also man bestimmt selber mit seinen beschlossenen entscheidungen wie der verlauf im spiel ist das finde ich faszinierend the walking dead ein neuer tag die sonne scheint die vögel zwitschern und wir sitzen auf der rückbank und haben eisenringe und er behält das maul und 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 Was meinst du? Ich habe ein paar Leute gefahren in diese Prison. Ich weiß nicht, wie viele. Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht gemacht habe. Was meinst du? Was meinst du? Ich sage, ja, ich weiß, dass du nicht. Ich habe mich noch nicht gelesen. Ich habe mich noch nicht gelesen. Ich habe noch nicht gelesen. ein bisschen. Du bist ein Macon-boy und alles. Du bist ein Macon, dann? Ja, ich bin in Atlanta für ein Stadtkampfer in den 70er Jahren. Ich wollte immer eine Mörder-Case arbeiten, wie die sanatorische Scheine, die du mit dir verabschiedet hast. Mit all due Respekt. Das ist echt ein Scham, das ist. Ja, die ganze Familie war die Regulärer in deinem Folk-Drug-Store. Still da? Sure is. Good. Das ist die Advised-Medical-Personalien. Das ist die Hards-New-Oak-Serie in 10-20. Nein, das war nicht mehr los. Ich habe ein Freund hier an UGA. Du studierst da lange? Ich bin auf 6 Jahre alt. Du kennst deine Frau in Athens? Du willst wissen, wie ich es sehe? Nicht wirklich. Das ist schlecht. Das ist mein Auto. Du vielleicht hast das Recht zu bleiben, aber das bedeutet, dass ich nicht so sein muss. Regardless, könnte es sein, dass du die falsche Frau verabschiedst. Oh, das ist ein falscher Mann geiratet. Daaaah! All offices aren't available for incoming 2-1-2. Mama, Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. I don't know how to ask a time. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say something. This other time... Who's the reason? What a hell of a bitch! What a bitch! What a bitch! So, make your eyes open. Make your eyes open. Oh, fuck. Fuck! 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 Und er sieht auch nicht mehr gesund aus. Why the hell did he have his gun out? Ja. Aha. Dreh nun mal die Scheibe ein. Fuck, das kommt auf. I need to drag myself out of that window. Then tu es. I need to drag myself out of that window. Ach so, ja, natürlich. Und da schmerzt. Und da schmerzt. So. So. Er hat auf jeden Fall reichlich Blut verloren. Dann leh es da wieder aus. Die Schlüssel. Wir brauchen die Schlüssel. Na klar. Geh zurück, 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 zurück. Was ist das? Was ist du? Geh weg von mir! Du kommst her. Nein. Nehmt die. Nehmt die Patronen. Auf geht's. Das war knapp. Mann, war das knapp. Mann. Das Kind ist all rot und er riecht wie Scheiße. Was zur Hölle ist das? Tja. Solltest du nicht lieber mal. Da oben steht jemand. Ach du Scheiße. Was ist der? Da sind wir alle ja. So erstmal weg da. Ja. Kannst du nicht rein. So kommen wir auf die Füße. Auf die Füße. Auf die Füße. Auf die Füße. Ja. Ja. Yes. Hoffentlich hält das. Auf jeden Fall sehen die Typen sehr ungesund aus. Schlechte Ernährung würde ich sagen. Hallo. Anybody. Ist nicht viel los hier. Was haben wir da? Teaser Wies. Ich konnte da auch. Ich konnte da auch. Keiner da. Ich weiß nicht, ob jemand ist nach Hause. Ich weiß nicht, ob jemand ist nach Hause. Ich weiß nicht, ob jemand ist nach Hause. Hallo. Wer ist nach Hause? Ich brauche ein wenig Hilfe. Ich brauche ein wenig Hilfe. Kommt in. Keine Füße. Keine Füße, okay? Okay. Hallo. Ich bin kein Intruder. Ach du Scheiße. Hier sieht es auch nicht besser aus. Ein Mal Buch. Also wird es ja auch kleine Kinder gegeben haben. Unecht. Anrufbeantworter. Message 1. Left at 5.43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11.19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6.51 p.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Also hat sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht überlebt, die Mutter. Daddy? Huh? Eine Funke. Hello? You need to be quiet. Okay. Sind wir leise. Okay. I'm not a monster. Good. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. No. Ah. Ah wait. I laissezrever. īgit up. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Mensch, das kann ich nicht. Ich bin Kuss. 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 Also eklig ist es auf jeden Fall. Tatsächlich. Ich bin Kuss. Es ist okay. Ich denke, sie war ein Monster. Ich denke so, auch. Du hast alle selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern nach Hause kommen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit. Du kennst? Oh. Ich weiß nicht was passiert. Aber ich werde nach dir nach dir schauen. Was müssen wir jetzt machen? Ähm. Wo wir leben, haben wir ab. Hm. Wir müssen Hilfe finden, bevor es kalt wird. Ja. Es ist nicht sicher. Schreie bei der Nacht. Gano. Komm schon, wir fallen, bleiben Sie bei mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017